Jo, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroiP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xilla. Wir sind immer noch passend gekleidet für diesen Winter, aber erstmal leveln wir auf. Na, ich glaube, vier von sechs Charakteren haben wir ein Level-Up. Und die haben schon direkt eine neue Technik. Wütenersprüngen. Bindeldeile kraftlein Stoß in die Gegner, in die Luftschleure hat gefolgt von einem Rückwärtsschritt. Okay. Okay. Entschuldigung. Hat man das gehört? Geisterlauf. Wenn langsam TP wiederhergestellt. Hmm, das klingt eigentlich nicht schlecht. Nehmen wir das. Nehmen wir erstmal das Tier. Und das hier. Und das hier. Und schade. Oh, ich hab keine mehr. Ich dachte, ich hab noch ein Intelligenz. Was wollte ich lernen? Biest. Genau. Beach. Äh, Biest. Auch ein sehr bekannter Angriff aus der Tils-Off-Reihe. Nein, ich fasse es nicht. Oh, Mann. Okay, hier sieht es aus, als wäre es hier schon. Geist 2. Muss ich unbedingt ausrüsten. Stärke. Losersangriff. Gucken wir mal hier noch. Zauberer. Äh, könnte ich eigentlich auch mal machen. Feuerschutz. Feuerschutz. Boah, Eisschutz im Moment. Oder Wasserschutz. Was haben wir hier noch alles? Heilungsabwehr. Bei der Abwehr werden KP langsam aufgeladen. Geht mit Zauberschutz. Wasserschutz. Wasserschutz. Oh, hallo. Seit wann habe ich das denn nicht? Krieger. AZ-Maximum. AZ-Maximum. Neue Zuversicht. Vitalität. Dunkelschutz. Okay, dann würde ich mal sagen, wir holen uns dieses Tipo Krieger oder was auch immer. Zauberer 2. Ist die vor allem, wie die Wirkzeit für A2 und 40% verkürzt hat, ist richtig Hammer. Für euch auch ordentlich FP, erstmal. So, und Meda. Du brauchst. Was brauchst du? Lass mich gucken. Wieso sollte ich Angriff in der Luft abwehren können? Siegelsperr, okay. Dafür brauchen wir Intelligenz. Dafür musst du schlauer werden. Sonst bist du nämlich zu dumm, um das zu lernen. So, und KP gut. Und das war's. So, sie hat eine neue Art gelernt. Äh, Wütener Sprung. Bündel, da ihr Kraft einen Entstoß, der die Gegner in die Luft schleudert. Ähm, wo habe ich jetzt... Schnelle Klaue, wo habe ich denn die Asse, oder? Okay, dann kommt... Wütener Sprung hier hin. Weiß ich nicht, glaube ich. Das hat niemand was Neues gelernt, oder? Ich kann mir halt alles unmöglich merken. Hm, nee. War Fertigkeiten in einem einigen. No, Elise, du brauchst hier dieses... Oh, geil. Und 20 mehr TP. Sie hat auch voll viele übrig, wie geil. Halt. Intelligenz. Das ist mir echt was wichtiger hier. Gut, weiter. Hi. Nein. Geh weg. Ich hab dich nur verarscht. Ich hab dich nur verarscht. What? Dich kenn ich. Ich kenn ich. What the fuck? Die auch, hä? Das Ding schon wieder. Okay, keine Ahnung. Ich hab einen in dieser Mine gesehen. In dieser... Mine, wo noch die Gegner alle zu stark waren. Und ich hab hier einen gesehen. Da muss ich mir merken. Weil die geben Bombe-Erfahrungspunkte. Ich wollte erst noch einen heiligen Trank einsetzen, weil ich dachte, vielleicht sieht mich das Ding nicht. Auch wenn ich ein Trauma von diesem Viech hab, ist halt auf jeden Fall viel Erfahrungspunkt gegeben. Da ist es. Warte, komm mal her. Ich hab einen heiligen Trank. Habe ich einen heiligen Trank. Ich hab zwei heilige Tränke. Das ist ja noch besser. So, komm her. Nein, es hat uns gesehen. Ich möchte nicht gegen euch beide kämpfen. Was hat sich? What the fuck? Was ist das denn? Ey. Warum bin ich immer mit Juhl-Kapp und ich geh mal auf andere Leute. Das müsst ihr eigentlich mit jedem schon verrunden sein. Oder ein Flinkum-Rund und mehr hat mich geil. Aber. Nochmal. Servo-Schlag. Das ist geiler Schlag. Ich hab vergessen. Ich hab vergessen, Tränke-Lebens-Zohlen. Das ist auch abzuhören. Das ist eine spinne. Ich hab' zu spät. Da weiß ich jetzt mit dem einen Viech. Ich werde unbedingt haben. Das heißt, wir haben aber kaputt. Ja, übrigens gut. Wo ist das Viech jetzt? Weg. Mann. Man. Man ist in den Gegner reingelaufen. Ein paar Verlumpfe. Man hat so leicht, so leicht, gebe ich mich nicht geschlagen. Auch wenn der Kampf vielleicht verflucht schwer sein wird. Ich werd' dich finden und ich werd' dich töten. Wo bist du? Es ist ja weg, ne? Weil ich ihn... Keine Ahnung, er war irgendwie in den Gegner drin, ne? Das zählte wahrscheinlich als erledigt, oder? Warte mal, ich geh' nochmal hier zurück. Ich weiß, das ist jetzt ziemlich blöde, aber... Nee, er war nicht, ne? Ich möchte jetzt das Viech finden. Wo ihr seid? Mann! Na, rot, da muss ich mal denken. Ich komm' irgendwann nochmal jetzt zurück. Und diese eine wenige, ich auch nochmal irgendwann zurück. Dann mach' ich die Viecher fertig. Ich hab' noch gelacht. Vielleicht hab' ich ja noch irgendwo hier... Äh... 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 Vielleicht hätte ich auch nicht hier diesen... ... eiligen Trank einsetzen sollen. Weil... Äh... Naja... Wie ist es bestimmt dadurch abgehauen? Verwirrungsschlag? Ach ja... So... Was lernst du hier? Intelligenz um 15... Ach... Klingt irgendwie gar nicht nach Elben. Ähm... Bäh... Ja... Ja... Na gut... Schau'n verpasst. Super! Ich hab' schon zweimal diese Viecher getroffen nach diesem Waldabenteuer. Weil es ist mir aus den Händen gelaufen. Super! Hallo! Das war ich, wie ich mich auf den Kopf gekratzt habe. Von Verzweiflung. Hab' ich jetzt da? Hahaha... Boah... Na nicht. Ich wollte mit dir spielen, aber wenn du nicht willst, dann kann ich auch nichts dafür. So, warum muss ich denn jetzt als nächstes lang? Das ist jetzt die große Preisfrage. Oh, Loch. Muss ich rein? Hi! Nein. Nein, nicht du Mann. Kann ich mal gucken. Erdmann, nicht du Mann. Windermann. Da komm' wir hier. Warum denn nicht? Auf Zubehör gebe ich sowieso nicht so ein. Bei Ausrüstung und Waffen bin ich irgendwie wichtiger. So, ist da irgendwas? Nein. Wer spackt da voll ab? Stumme Höhle. Bin ich hier richtig? Ratspirane Gegner sind hier voll übelst mega stark. Pilzpulver. Na? Seid ihr hier stark? Nö! Nö! Ne Luft. So, ich habe auch Luftsprung. er auch damit was auch immer das bringen sollte das überhaupt was zum ort setzt du denn ein da habe ich auf die lese weg sind als partner ich glaube hier müssen wir sogar durch oder diese höhe da guck mal wobei da hinten kommen so gut können wir uns glaube ich bestätigen porten so voreingang der stummen höhle jetzt weihnachtsklamotten dann kann das sein warum habe ich keine weihnachtsklamotten es kalt ein bisschen unser nasenlaufen schnalle das habe ich jetzt aufgetaucht mann er hat mich voll hätte voll viel erfahrungspunkte geben das war mal schon aber ärgert mich ich kann aber irgendwann zurück dann schneide ich den kampfverein oder auch nicht aber wie ein stock was hier ja ich werde da nicht da ein schneider war naja wer irgendwann in einem partner anfangen in diesem kampf doch noch mehr am schwarz feger an mann hochland ok dann komme ich irgendwann zu dieser hülle zurück kann baller hauptstraße ok dann war hier wo so ein viecht ich will jetzt jetzt bin ich paranoid sagt port auf höhe galt und erfahrungspunkte ok aber noch 30 prozent vertreten ja wegschmeißen will ich nicht ich habe er kommt nicht dank noch irgendwo ein boss vor der stadt weil wir kommen dann in der winter stadt das ist immer schön auch mal schmanker braucht ich nicht bis jetzt noch keins dem braucht nach zu vorteilen sieht das nach industrie aus aber gucken vielleicht will ich mir noch ein vielleicht habe ich auch keine ahnung was hier rede vielleicht ja noch kein von fritz schätzen hier gefunden tp sagt hat gefällt mir wenn ich also ich bin jetzt hier drei gegenden durch gelagert und ich habe noch kein einzigen gefunden das ist mir ein bisschen verdächtig aber ich bin als andere da ist schon mal gut nein ist schon die stadt und speichern und gleich ist der platz vorbei aber ich gucke mich nur jungen und mir pilz pulver mit von magic mushrooms zwischen hey 51 krallen geil und da ist noch eine höhle waren wir da schon drin da haben wir geben uns noch ein stückchen dahin und dann schon wieder feierabend dann ist so toll wieder so spät da war keine frage ich komme wieder das war falsch ich komme wieder keine frage na gut da denke ich immer noch und ich habe zurück im hau noch und das war's na gut wir sehen uns im nächsten part von letzt bei tats of xylia